Worauf müssen Rheuma-Patienten achten? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheits-Podcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Rheuma ist ein lebenslanger Begleiter, egal ob es nun um Rheumatoide Arthritis geht, um Weichteil-Rheuma oder um Schuppenflechte. Die Therapie ist komplex und viele Patienten fragen sich, was sie denn selbst tun können, um diese Krankheit im Griff zu behalten. Bei mir sind Privatdozentin Dr. Eva-Kristina Schwanek. Sie leitet die Sektion Rheumatologie und Klinische Immunologie unter dem Dach der Onkologie und Hämatologie an der Asklepios-Klinik Altona. Und außerdem Dr. Verena Becker-Talone. Sie ist Oberärztin in der Sektion. Schön, dass Sie beide Zeit haben. Gerne. Sie stehen ja Ihren Patienten als Team zur Verfügung. Frau Dr. Schwanek, und Rheuma ist ja nicht irgendwas, wogegen man einfach mal so eine Tablette schluckt, oder? Nein, Rheuma ist ein Blumenstrauß an verschiedenen Erkrankungen, die alle vom Immunsystem ausgehen, das sich gegen körpereigene Strukturen richtet. Und leider ist es so, wenn sich diese Entzündung mal so aufgeschaukelt hat, geht es nicht mehr von selber weg, sondern es bleibt dann und muss jahrelang, meistens lebenslang behandelt werden. Ja, Behandlung. Womit behandelt man denn Rheuma normalerweise? Da gibt es ja auch verschiedene Dinge. Genau, da gibt es verschiedene Ansätze. Und weil es eine autoimmune Erkrankung ist, möchte man mit Medikamenten das Immunsystem beeinflussen. Dazu gehören zum Beispiel Cortison, MTX oder die sogenannten Biologikatherapien. Da gibt es wiederum auch verschiedene Wirkmechanismen, wie zum Beispiel TNF-Alpha-Blocker oder man blockiert bestimmte Botenstoffe, die die Entzündungskaskade beeinflussen. Ja, das sind ja Dinge, die man unter Umständen auch zu Hause hat, die man auch vielleicht selber anwendet und wo man bestimmt auf Dinge achten sollte, damit sie besser wirken, als wenn man nicht darauf achtet. Ja, also es gibt, man muss natürlich beachten, was in den Therapieempfehlungen steht. Dazu gehören zum Beispiel, wie bewahre ich das Medikament auf? Wie ist die Haltbarkeit? Welche Einflussfaktoren gibt es noch? Das darf der Sonne nicht ausgesetzt werden zum Beispiel. Und es muss auf jeden Fall so eingesetzt werden, wie verschrieben vom Arzt. Ja, ich habe gehört, es gibt Medikamente, die muss man kühlen, aber die brauchen dann auch die richtige Temperatur, damit die gekühlt sind. Genau, dazu gehören die MTX, TNF-Alpha-Blocker, die müssen auch gekühlt sein. Nicht eingefroren? Nicht eingefroren, nee, das ist ganz wichtig, weil sonst besteht da ein Wirkverlust. Ja genau, Sonne hatten Sie ja, glaube ich, auch schon angesprochen. Bei manchen Medikamenten muss man ja irgendwie auf die Sonne aufpassen, oder? Genau, also zum einen, die Lagerung ist da entscheidend, da muss man sich schon an die Herstellerangaben richten und häufig, oder im Allgemeinen steht das auch auf der Verpackung. Aber es gibt auch Medikamente, da sollte man die Sonne meiden als Patient, wenn man das Medikament einnimmt. Weil das zu Irritationen der Haut führt und bei bestimmten Medikamenten, wie zum Beispiel Azathioprin, muss man auch regelmäßig zum Hautarzt gehen. Ja, es ist ja so, man steigert sich ja immer stärker mit den Medikamenten und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass dann auch diese sogenannten systemischen Nebenwirkungen immer größer werden, also zum Beispiel Übelkeit bei MTX zum Beispiel. Ja, nee, so kann man es gar nicht sagen, weil es gibt einfach sehr viele verschiedene Wirkmechanismen und mittlerweile sind eigentlich die Rheuma-Medikamente sehr gut verträglich und gut wirksam. Das heißt nicht, dass wenn das eine Medikament nicht wirkt, dass dann ein Alternativpräparat mit mehr Nebenwirkungen verbunden ist. So kann man das eigentlich nicht sagen. Was ist denn, man wird ja auch mal krank außerhalb des Rheumas. Was heißt denn das für die Einnahme von Medikamenten? Also wenn man einen Infekt hat, dann sollte oder sollte man das Medikament pausieren. Abhängig natürlich davon, wie stark der Infekt ist. Wenn man ein bisschen Schnupfen, Husten, Heiserkeit hat, dann kann man das Medikament schon durchnehmen, um auch einen Rheumaschub nicht zu provozieren. Ja. Da sollte man auf jeden Fall Rücksprache mit dem Rheumatologen oder sogar mit dem Hausarzt halten, ob man das Medikament pausieren sollte. Ja. Dieses Thema Krankheit, gerade auch, man kann sich ja impfen gegen eine ganze Menge von Krankheiten eigentlich. Wie geht das den Rheumapatienten in Bezug auf Impfung? Spricht was dafür oder eher dagegen? Es spricht auf jeden Fall dafür, das ist sogar ganz besonders wichtig, dass Rheumapatienten sich impfen lassen. Wichtig hierbei ist, dass wenn man immunschwächende Medikamente einnimmt, darf man nicht mit Lebendimpfstoffen geimpft werden. Wichtig ist nur Totimpfstoffe. Und dazu gehören zum Beispiel Influenza, Corona, Covid-19-Impfungen sind wichtig. Und genau. Diese Impfung beruht ja darauf, dass das Immunsystem reagiert meistens. Funktioniert es denn überhaupt? Das funktioniert auch bei Rheumapatienten, die Impfung. Es kann sein, dass die Impfantwort etwas abgeschwächt ist. Aber es ist nicht damit zu rechnen, dass Rheumapatienten Impfung weniger gut vertragen. Sondern da besteht eher die Möglichkeit, dass die Impfantwort abgeschwächt ist. Und genau, es wird auf jeden Fall empfohlen. Ja, das heißt, es lohnt sich, es zu machen, auch wenn man vielleicht nicht einen 100-Prozent-Schutz danach hat, sondern dann vielleicht nur einen 100-Prozent-Schutz. Richtig. Und wenn der ideale Zeitpunkt, sich impfen zu lassen, ist, wenn die Erkrankung in sogenannter Remission ist. Das heißt, man hat keine Krankheitsaktivitätszeichen. Dann ist der beste Zeitpunkt, sich impfen zu lassen. Dann kann man auch überlegen, zum Beispiel MTX zu pausieren, um das Impfansprechen zu verbessern. Ja. Das heißt ja dann, mit dem Rheumatologen immer in Verbindung zu bleiben. Oder spricht sich da der Hausarzt mit dem Rheumatologen ab? Nee, also sowohl als auch. Ja. Aber das muss schon, das spricht man als Rheumatologe schon aktiv an. Impfung. Und gibt auch Impfempfehlungen. Genau, damit sich das auch nicht gegenseitig blockiert. Und weil es die optimale Wirkung hat. Frau Dr. Schwanek, Ernährung ist, glaube ich, für Rheuma-Patienten ein großes, großes Thema. Erstmal, weil man sich ja ernähren will und muss. Aber auch, weil da, glaube ich, so viele Mythen sich herumranken, um das, was hilft bei Rheuma und was nicht. Was würden Sie, was ist, was ist für Sie erstmal das Wichtigste? Worauf kommt es an bei der Ernährung? Ernährung interessiert die Patienten immer sehr. Ja. Die Ärzte manchmal nicht ganz so sehr. Deswegen haben die Patienten manchmal auch Schwierigkeiten, da Empfehlungen zu bekommen. Oder sind ein bisschen enttäuscht, wenden sich dann woanders hin, wo es vielleicht auch seltsame Empfehlungen gibt. Also grundsätzlich kann man sagen, das Wichtigste ist erstmal das Offensichtlichste, nämlich das Gewicht. Wir sollten versuchen, ein normales Gewicht zu erreichen. Untergewicht ist schlecht für die Knochendichte, kann Osteoporose befördern. Und Übergewicht sorgt tatsächlich dafür, dass die Rheumaerkrankung aktiver ist, dass man mehr Schmerzen hat und die Medikamente schlechter wirken und auch schlechter vertragen werden, weil Übergewicht zur Fettleber führt. Das heißt, das Wichtigste ist erstmal Normalgewicht erreichen. Ja. Über welchen BMI reden wir denn da? So zwischen 19 und 25. 26 ist jetzt auch keine Katastrophe, aber zum Beispiel bei 30 ist dann schon Vorsicht geboten. Da sprechen wir von einem ernstzunehmenden Übergewicht. Ja. Wenn wir jetzt beim Übergewicht bleiben, also Sie sagen, die Schmerzen sind mehr bei Übergewicht? Ist das so? Da gibt es ganz interessante Untersuchungen. Selbst Patienten, die gar kein Rheuma haben, entwickeln mit starkem Übergewicht zunehmend ganz Körperschmerzen. Einerseits natürlich durch die mechanische Belastung der Knie, der Füße, der Hüften. Und das ist beim Rheumapatienten nochmal verstärkt der Fall, weil die Knie, Hüften, Füße ja möglicherweise entzündet sind und deswegen das Gewicht ohnehin schlechter tragen können. Und bei den Füßen ist es so, dass die Bänder der Füße sind nicht so kräftig wie bei jemandem ohne Rheuma. Und wenn dann noch das Gewicht drauf lastet, dann entwickle ich einen Senkfuß und dann wird das Gewicht auf dem Fußgewölbe nicht mehr richtig verteilt und es entstehen Vorfußschmerzen. Die Patienten denken dann oft, das ist Rheumaaktivität, ist es aber gar nicht. Ja, genau. Und jedes Kilo würde ja den Fuß dann auch wieder entlasten, oder? Jedes Kilo entlastet den Fuß und jedes Kilo entlastet die Fettleber. Geht es denn bei den Schmerzen rein um mechanische Schmerzen? Ne, tatsächlich gibt es eine große Studie aus Australien, das war ganz interessant. Da haben die Patienten auch Schmerzen in der oberen Körperhälfte gehabt, wenn sie übergewichtig waren. Das heißt, es geht nicht nur um die mechanische Belastung, sondern das Fett ist entzündlich aktiv, das wissen wir. Man kann das auch messen. Im Blut sind die Entzündungswerte bei übergewichtigen Menschen höher als bei normalgewichtigen, insbesondere bei Frauen. Und dann entstehen eben auch ganz Körperschmerzen. Und wenn jetzt jemand sagt, mein Entzündungswert, mein CRP, der ist nur ganz niedrig, also niedriger als er eigentlich seinen Brauch, ich kann gar keine Schmerzen haben. Ist das so ein enger Zusammenhang? Der Zusammenhang, es ist so, wenn die Schmerzen von der Entzündung her rühren, dann ist in aller Regel auch der Entzündungswert im Blut erhöht. Aber die Schmerzen beim Rheuma können einerseits durch die aktive Rheumaentzündung kommen, können aber auch durch eine Arthrose entstehen, die möglicherweise als Folge einer früher schlecht kontrollierten Rheumaentzündung entstanden ist. Oder es kann sich um eine sekundäre Schmerzstörung handeln, bei der die Patienten chronische Schmerzen entwickeln, obwohl der Schmerzreiz im Moment gar nicht mehr da ist. Der Schmerz kann sich verselbstständigen. Das wären drei mögliche Ursachen für Schmerzen. Und nur wenn die Entzündung die Ursache für die Schmerzen ist, kann man das auch im Blut sehen, im anderen Fall nicht. Aha, ja, spricht ja viel dann fürs Abnehmen. Wie soll ich das denn machen als Rheumapatient? Ja, viele Rheumapatienten sagen, ich kann mich ja nicht bewegen, also kann ich auch nicht abnehmen. Da ist es aber so, es gibt Studien zu Bewegung und Abnehmen und das funktioniert ganz selten. Auch Menschen, die kein Rheuma haben, nehmen durch Bewegung in aller Regel nicht ab, weil sie, wenn sie untrainiert sind, vielleicht relativ wenig Bewegung nur schaffen in einer halben Stunde oder Stunde, verbrauchen vielleicht 80 Kalorien, bekommen davon aber Hunger, weil sie sich an der frischen Duft bewegt haben und essen dann Schnitzel für 800 Kalorien. Und am Ende nehmen sie davon zu. Das heißt, in meisten dieser Bewegungsstudien führen eher dazu, dass die Patienten sogar noch zunehmen. Der einzige Weg abzunehmen, ist, wenige Kalorien zu sich zu nehmen, als man verbraucht. Was man da als Trick machen kann, um zum Beispiel den Hunger zu bekämpfen, ist zu versuchen, sehr ballaststoffreich zu essen. Und kalorienarme, aber, sage ich mal, volumenreiche Nahrungsmittel, also Gemüse ist sinnvoll, alles, was viele Ballaststoffe enthält, mehr Vollkornprodukte. Das sind alles Möglichkeiten, wie man das Sättigungsgefühl erreichen kann, ohne allzu viele Kalorien gegessen zu haben. Und man sollte konsequent vor allem auf kalorienhaltige Getränke verzichten, bezuckerte Getränke, die ohnehin der Leber auch nochmal schaden, unabhängig vom Gewicht. Deswegen sollte man darauf zuerst verzichten. Oder wenn man am Abend zwei, drei Bier trinkt, auch das hat Kalorien, da muss man drauf achten. Ja, genau. Kriegt man das, also Thema Entzündungsstoffe sowieso, ein Thema eben auch bei Rheumapatienten, ist da denn als Ernährungsform angeraten, diese mediterrane Ernährung am besten? Also mit möglichst viel Lebensmitteln, die vielleicht auch selber Entzündungsstoffe reduzieren? Also bezüglich des Rheumas, so als anti-entzündliche Ernährung wird immer dazu geraten, mehr Omega-3 oder relativ viel Omega-3 gegenüber Omega-6-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Das ist eher so in fetten Seefischen, in bestimmten Chiasamen, Leinsamen, solche Dinge enthalten viel Omega-3. Kann man auch als Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn man möchte. Und dann gibt es bestimmte Gewürze, die anti-entzündlich wirken, soweit man das anhand der Studienqualität immer so sagen kann. Aber soweit wir das wissen, ist das so. Das sind viele im Ayurveda gebräuchliche Gewürze, sowas wie Kurkuma oder Ingwer, Safran, Knoblauch, sowas kann sinnvoll sein. Und die mediterrane Diät vereint jetzt dieses Omega-3-haltige und relativ wenig Fleisch und eher mal Fisch, Gemüse, viel Olivenöl. Das ist sinnvoll, nicht nur bezüglich der Entzündungsaktivität, sondern auch um das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall zu senken. Und wir wissen, dass Rheumapatienten je nach Erkrankung, besonders zum Beispiel bei der Psoriasis-Arthritis, aber auch bei der Rheumatoiden-Arthritis, aber durchaus auch bei den Organ-Rheuma-Erkrankungen ist es so, dass diese Erkrankung ein Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall ist. Ungefähr so, als hätte ich Diabetes. Also ein gar nicht zu vernachlässigendes Risiko. In dem Zusammenhang Bewegung, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, viele Patienten sagen, mir tut da was weh. Und Bewegung, sagten Sie ja eben, hilft ja eigentlich eh nicht beim Abnehmen. Aber wofür ist Bewegung wichtig? Bewegung hilft nicht beim Abnehmen. Aber wenn ich abnehme, verliere ich Muskel- und Knochenmasse. Und das kann ich nur durch Bewegung verhindern. Das heißt, zum Abnehmen gehört die Bewegung auf jeden Fall dazu. Am besten eine Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining, um zu verhindern, dass ich vor allem Muskelmasse verliere. Deswegen ist Bewegung sinnvoll. Bewegung ist auch für die Gelenke sinnvoll. Ein Gelenk, das nicht bewegt wird, steift ein und verliert seine Funktion. Das heißt, die Patienten sollten auf jeden Fall animiert werden, ein für sie geeignetes Bewegungstraining zu machen. Wenn das jetzt ein junger, aktiver Patient ist, der zum Beispiel einen gut kontrollierten Morbus-Bechteriff hat, dann sollte der irgendeinen richtigen Sport machen. Da reicht Krankengymnastik nicht aus. Das belastet den nicht genug. Und wenn ich jetzt aber vielleicht mit einer älteren Dame zu tun habe, die seit 30 Jahren Rheuma hat, früher nicht so gut behandelt werden konnte, weil wir diese guten Medikamente noch nicht hatten, für die sind vielleicht eher die Angebote der Rheuma-Liga oder sowas wie Kiesa-Training oder Wassergymnastik sinnvoll. Das muss man ein bisschen zuschneiden auf den jeweiligen Patienten. Vielen Dank an Sie beide für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!